Freuen Sie sich mit mir auf Abenteuer in der Wanne. Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was es ist? Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling ist das. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 In meiner Badewanne ist es wunderschön, da fang ich an die Meere auf zu bühlen. Ich fühle mich als Mann der Tag und rehe an dem Wasserhahn. Ich bin ein Wilderseepirat auf weitem Ozean. In meiner Badewanne kann mir nichts geschehen. Und wenn die großen Wellen mich rumspülen, dann können sie mich einmal recht bespültig sehen. Als Kapitän, ach ist das schön. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Ach ist das schön. Als Kapitän. Alle, die mit uns auf Kaberfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Jan und Hein und Klaas und Pitz, die haben Bärte, die haben Bärte. Jan und Hein und Klaas und Pitz, die haben Bärte, die fahren mit. Komm schon, Superheld, rette mich in deine Welt. Komm schon, Superheld, rette mich in deine Welt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020